Polen und Frankreich trafen sich in der französischen Stadt Troyes. Im Degenfechten kämpfte der Franzose Brüs gegen den Polen Kuczynski. Angriff des polnischen Fechters, Treffer für Kuczynski. Pawlowski Polen und der Franzose Woddy im Florett. Schließlich wurde Pawlowski in die Verteidigung gedrängt. Mit 11 zu 5 kam Polen trotzdem zum Gesamterfolg.